Ich habe gerade gesagt, dass es voll stumm ist. Ah, da kommt noch was hier. Die mahnen sich selber, kann man nicht kaputt. Die mahnen sich selber kaputt. Ich bin hier verkehrt, um aufzulehnen, schauen wir. Wir müssen aber nicht schauen, dass wir mal machen. Achtung! Aber auch schon falsch. Ich habe schon gesagt, dass es wegkommt. Ab rüber. Oh, Lichtraum. Ich glaube. Manche sehen sich auch da. Jawohl, jawohl, jawohl. Danke. Hab ihn. Ah! Was war das denn? Wir gehen wieder zur A, ja. Wir gehen zur A. Wo spawn ich am besten? Bei Alpha jetzt, ne? Ja. Chopper. Bei A oder B. Oder Chopper. Die kommen mit dem Shotgun rein, mit dem Shotgun rein. Ah! Spawn kommt. Bei Bravo. Vier Mann bei A. Hey. Ich habe das linke Heck gerade. Spawn gleich. Ah! Ah! Also einer noch am B. Kein Schaden. Ja, ja. Ich habe B. Ich habe B. Nipp. Ach, fuck, Vorsicht, da kommt noch einer durch die Tür. Harbin, Harbin, Harbin. Schöp. Terax, könnt ihr mich aufheben? Ich lege hier noch rum bei B. Wo, wo, wo? Ich sehe niemanden. Da, wo du den Gegner abgeschossen hast. Auf dem Boden. Ja, ist klar, Alter. Ich sehe nur gleich bei Alpha. Aber nicht bei Bravo. Und das ist weg. Drei Mann kommen jetzt von nahe hier. Okay. Chopper, wo bist denn? Chopper, A. Wo lang? Ach so. Markieren. Irgendwas markieren, Leute. Irgendwas markieren. Chopper, mach mal irgendwas. Ich lege mal Munitionspiste bei Bravo. Wir stehen hier bei Bravo drumrum. Ja, ihr geht jetzt so, Alter, so Alter. Achtung, jetzt draußen ist schon wieder ein anderer, der aufgeschießt. Zeit, Fabi. Ja, ja. Ab ihn. Boah, hau, 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 hau. Vorsicht, Granate, Abi. Hau, 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 hau. Das gibt's nicht, Alter. Shit. Äh, heavy, bitte. Das andere Squad geht jetzt zu C, ja. Sie kommen hier nicht weiter. Wir bleiben jetzt bei B. Ihr geht links zu C. Ja. Gesammelt, ja. Titan Ridge. Guck mal, wir bleiben hier bei B. Oh, keine Ahnung. Hier ist alles voll, ja. Witz, komm zurück. Ja, bitte. Ja, ich bin schon weg. Ja, wie sind wir? Ja, komm, wir. Ich komm gerade zu Bravo. Passt. Ah, er passt auch ein. Ach, beide. Game track hier auch noch. Nein, wir haben... Ich hab ihn. Haha, Faggot. Nice. Jemand soll mich heilen, selbst noch einen. Ja, 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 ja. Ja, ich hab ihn nicht. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja, das andere, das andere. Ja, Mann. Wann ist so? Ja, ja. So, wie es ist alles gut. Erstmal hier, wir posten. Du hast es getrennt, wir lassen uns bei Rundfunk. Sehr gut. Oh, das andere. Nicht. Ok, unser Squad versucht jetzt gleich BWB hier ein bisschen gesäuert an. Nochmal zu AV zu stoßen, ja. Auf geht's, CV. Charac safe. Boah, fuck it. Auf geht's, wir gehen jetzt rüber. Ich bin weg. Wir bleiben hier bei Bravo, ne? Bei Bravo laufen sie jetzt hoch. Werdig. Oh, da ist schießt sie, Alter. B-Pling. Ja. Geht ihr zu B, Leute. Ich bin da und kann mich nur wieder aufheben. Ach, das ist bei B, Leute. Ey, Mann, die haben viel stärkere Heavys. Ja, das ist jetzt mit Laser. Scheiß Franzosen, Mann. B ist weg. Ja, fuck, die sind bei B oben schon drin. Alter. Ich bin da und werfen sie, wenn sie schnell werden. Freilich. Jawoll. Ja, passt unbedingt auf die Werf. Hier, vorsicht hier. Ja. Beim Kloner jetzt. Achtung, es kommt ein neuer rein bei B. Hab ich. Nein, Tracky kommt hier. Nein, nein, nein. Aufpassen. Hab ich schon wieder. Komm ich jetzt B einnehmen, Leute. Hab ich, hab ich. Oh, wie. Okay, perfekt. Anker B nimmt Gehörtes rein. Gehackt. Virus Upload. Läuft. Ja, die Typen treffen mich. Wie kann man jetzt von der Wettbewerse herunterfahren? Da sind ein Paar erwischt. Ja, genau, genau. Da wird jetzt die Chance wieder da hinterlaufen. Shit. Ja, hier vorne ist alles voll bei B. Oh, ne auch. Was? Was? Ap ist auf? Ap ist auf rein. Okay, wir versuchen auf jeden Fall hier bei B zu bleiben. Auf jeden Fall. Der Fugel steht hinter der Echtverlangen. Ich sehe das. Ah, das ist gut. Ach, das ist gut. Es wird geholfen. Okay, wir haben hier jetzt ein Paar. Es kommt jetzt gerade einer richtigen Klumpfersorgung nach dem Weg, der tut es so aus. Ey, wenn der in der Nähe ist, dann hörst du nichts mehr. Ah, Mann, da sind das dreckige Camper, der sitzt da vorne hinter der Giste. Vorsicht, geht ja nicht bei den Links hier, es ist vor dem Punkt raus. Schau mal, da hinter dir kommt einer. Der mit der Shotgun ist fangt. Ach, Leute, fangt jetzt. Ah, nein, weh. Fangen, 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 Fangen! Bravo! Na, dafür sind wir auf Kaldari, das passt schon. B-Plan. Das ist ja ein paar brauche zum Wiederbeleben. Nee. Nicht entmutigen lassen, ganz locker. B-Plan. Nehmen wir jetzt alle Buchstaben EI oder passt das nicht? Nein, aber passt mal. Oh, ja. Ey, Indy spawn! Ach, hör doch auf. Das ist taktisch sehr geschehen. Ja, bis ihr euch mal merkt. Ja, ja, auch. Ich vergesse es. Ach, jetzt haben wir Panzer? Ja. Hallö. Die stürmen jetzt unbedingt. Haben sie den Wagen sehr gut hingestellt? Wie wie die jetzt? Wir müssen das Versorgungslager unbedingt vernichten. Ohne Nachschuss geht der den Gang. Ich häng hier fest. Wie ist das so geil? Die große Blaster-Kanone, ey. Die sinkt mit den Leads. Ja. Ja. Ja, ich schiesse drauf, wo er den Raketen fährt. Für sie mal. Nicht zurück. Rauslaufen. Schauen wir mal. Dreck ihr Samen. Wir können alternativ einen Trupp mit dem Dropship rauffliegen und über C rausspulen. Ja. Boah, was hat der für eine Range, Alter. Das ist ja abartig. Da unten. Oh, schick. Also, wer... Machen wir das, die Zahn? Das ist doch ein Lecker, Alter. Ja, komm mal mal. Na, das sind viele. Aber nee, es kühlt sich immer unter, bei dem ich 30 Mal gestorben bin. Nee, Alter. Die haben sich schön bei den Toren aufgeteilt. Ich bin im Bergheim geblieben. Nimmst du denn sowas? Ich bin im Bergheim geblieben. Nimmst du denn sowas? Wie gesagt, im Forum gab es ja die Woche schon eine Diskussion über sie. Die Leute haben das ja als Nächste gestört, wir schon gefunden. Ja, ja, ganz so gut. Okay. Anscheinend, auf die Amis sauber kriegen sie anscheinend den Arschfeuer, soweit sie da sind, da haben sie überhaupt kein Lecker. Schaden der MCC 50%. Ja, das ist bei uns so falsch drin. Ja, die haben eine Unterweiterung gehabt. Ja, ist klar, Alter. Alter, was für ein Damage. Ja, meins auch. Ich kann einen attackieren, der schon immer die Kompass eröffnet. Eine, die wurden nicht gelöst haben. Nichts, da gibt es Frau und von mir ist Frau und bitte nicht. Dieser ist der Info, der ist auf dem Ganzen ab. Der ist an der Fall, der, der hat ihn ab. Er ist in der Fall. Er hat sich in der Fall gefangen, um es ab. Ich bin in der Fall. Und es ist bei uns zu, wenn wir ein Damage zielfassig gegeben haben. Nur ein Damage selbst in der Fall. ah na 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 Chopper, Chopper, Chopper ja ja, ich lad die Herren ja auch jetzt rennst du, du Frosch-Schenkel-Fresser ei 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 ey Frosch-Schenkel, du bist lecker jetzt haben wir schon einen zweiten, den man kicken kann ja, aber... ja Leute, ich will nur mal da alleine in der Familie unterwegs ja, was? jetzt komm ja, einfach auf den Heavy machen, von 100 km weg ist einer in der Nähe hier ist einer in der Nähe hier boah, legt das halt da ja, hör mir auf und ich häng hier, Scheiße ich häng hier oh, Magazin leer auf den Heavy fast plattgehalten hab ich hier auf den Sack bekommen ja, ich kann ja nicht spielen, Leute bei mir ist ja, ich kann ja nicht spielen, Leute das kommt so Bild nach Bild W- history warst du bei uns? ja, w- Southern ja, 것도 ha- realization als sie nach anticipiert nach vorne am Ende die werfengedrücken ja, war eben etwas he- 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 Ja, ich bin, ne ich hab keine Ahnung. Ne. Ja, aber wir standen dran auch nicht. Abwärts ab. Ne. Ja, so weit passen wir in die Gegend. Nur wie ihr seht. Alter, der Ton. Ich hab gar keinen Mülltonen. Ja, ich hab ne. Mission fehlgeschlagen. MCC zerstört. Tagnet wird heruntergelassen. Tagnet ist entfernt ent semi, vor allem Dating. Tagnet wird der Motivär regen. Vill ellens über eine